Was ist los? Tobias ist nicht bei Michi. Ja, was war denn da los? Und ich dachte schon, ich sehe dich nie wieder. Ich glaube, Tobias war sich selber noch nicht mal darüber bewusst, dass es ihm irgendwie eine Spur zu schnell ging. Also das hat er ja so auch nicht wahrhaben wollen. Das hat ja auch gar nicht so sehr mit der Tatsache zu tun, dass die vielleicht heiraten. Weil das wollte er ja schon. Aber dann prasselte auf einmal alles auf ihn ein. Ich habe hier zwei Ringe. 585er Gold. Kathrin hat das glaube ich auch nicht so realisiert, wie heftig das für Tobias war. Wie hast du mich gerade genannt? Ja, da kam eins zum anderen, sodass Tobias dann selber auch nicht mehr an sich geglaubt hat und gedacht hat, nee, ich kann dir das nicht antun. Ich lasse die Frau mal lieber und gehe meine eigenen Wege. Also ich glaube, dass Kathrin natürlich wirklich verletzt und traurig war, enttäuscht, aber vor allem setzte sofort auch die Sorge ein. Als sie ankommen, ist Tobias weg. Er hat sich selber entlassen. Sie wollen schon weitergehen und suchen und Michi rennt auch schon los, aber Kathrin eben hat so das Gefühl im Moment, gegen einen Fall. Irgendwas spürt sie und bleibt im Krankenhaus und geht aufs Dach und da findet sie Tobias. Und das ist dann sehr dramatisch. Tobias, hier bist du. Ich hab dich gesucht. Wir kriegen das hin. Wir bringen alles wieder in Ordnung. Wir beide gemeinsam. Die sagt das bloß so. Jetzt lass endlich los, Junge. Du und ich. Wir beide. Wir sind nur Ballast. Wir schaffen das. Du schaffst das. Ich bin mir da ganz sicher. Du kannst dich nicht ändern. Hör auf. Einmal Spieler. Hörs Maul. Immer Spieler. Hörs Maul. Hörs Maul. Ja, Leute. Also wenn ihr wissen wollt, wie das weitergeht. Natürlich wollt ihr wissen, wie es weitergeht. Aber dann müsst ihr ja auch einschalten, ja. Und das könnt ihr ja jederzeit, also auf RTL Plus oder Montag bis Freitag 1940 bei RTL. Was Jan sagt. Wow. Ey. Geiles Video, oder? Wenn ihr mehr von uns sehen wollt, drückt einfach hier rauf. Und wenn ihr die ganze Folge sehen wollt, drückt hier rauf. Es wäre natürlich cool, wenn ihr den YouTube-Channel abonniert. Deswegen... Abonnieren. Na los. Abonnieren. Abonnier jetzt den Channel. Okay? Entspann dich.